Das Versteckspielen hat ein Ende. Wir können jetzt der ganzen Welt zeigen, dass wir zusammengehören. Das ist ja absurd. Glaubst du, ich ziehe zu dir in diese Folklorehöhle und diskreditiere damit das Ansehen meines Mannes und meiner Familie? Hast du geweint? Unsinn. Was läuft da zwischen dir und Gunther von Eberdingen? Das erfahren Sie in einer neuen Folge von Geld macht Liebe. Heute im Ersten.